Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial. Diesmal geht es um Spalten. Um einen Text in Spalten zu formatieren, muss man hier auf die Registerkarte Seitenlayout wechseln. Und hier haben wir dann schon die Funktion Spalten. Und hier kann man entsprechende Spaltenzahl auswählen. Hier haben wir einmal zwei. Das wirkt sich allerdings dann aufs ganze Dokument aus. Darum sollte man hier eigentlich hergehen und hier lieber diesen Weg wählen, indem man hier sagt Spalten, weitere Spalten. Und hier kann man dann genauere Einstellungen vornehmen. Hier haben wir zwei Spalten, einmal mit einer Zwischenlinie noch dazu. Man kann hier auch noch die Breite der Spalte und den Abstand zueinander auch noch entsprechend verändern. Und man kann auch sagen, soll es aufs ganze Dokument bezogen sein oder ab hier. Hier würde sich das so auswirken, dass praktisch da, wo der Körse gesetzt war, ab hier der Spaltenwechsel beginnt. Ich würde allerdings immer empfehlen zu sagen, okay, wir machen hier mal eine Leerzeile rein und markieren uns diesen Bereich und sagen dann Spalten 2. Und dann ist genau dieser Absatz in zwei Spalten geteilt. Mit einer Zwischenlinie schaut das natürlich schöner aus. Was aber dann auch noch besser wäre, wäre, wenn man hier den Text auf Blocksatz setzt und vielleicht noch die Silbentrennung einschaltet. So gleicht sich hier der Text etwas besser aus und hier die Ränder sind gleichmäßiger.